Der SC Freiburg und Hertha BSC trennen sich 1 zu 1 und das geht absolut in Ordnung, weil die Hertha auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Die erste Halbzeit war, nennen wir es, interessant. Also ich fand, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sogar sagen, dass die Hertha stärker war. Also, weil es war wirklich kein schöner Fußball und Chancengleich Mangelware, deswegen springen wir auch gleich in die zweite Halbzeit. Freiburg kam immer besser rein, hatte das dann auch besser im Griff und es war Grifo. Wer auch sonst in letzter Zeit, der das 1 zu 0 erzielte und zu dem Zeitpunkt ging das auch noch in Ordnung. Die Hertha allerdings hat nicht aufgegeben, hat immer gegengehalten und Freiburg war zwar die spielerisch stärkere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, aber haben es verpasst, das 2 zu 0 zu machen und eigentlich hatten sie das ja auch im Griff. Ja, so hat Ngankam in der, ich glaube, 77. war es irgendwie so um den Dreh rum, das 1 zu 1 erzielte und ich fand auch allgemein, das hat die Hertha sich verdient. Ich meine, die haben Power gezeigt, die haben Willen gezeigt, die haben einfach nur Mannschaftsstärke und Mentalität gezeigt und Freiburg hat sich einfach zu doof angestellt, das 2 zu 0 zu machen. Ganz klare Geschichte und ja, deswegen würde ich sagen, im Gesamten geht das 1 zu 1 in Ordnung. Ich denke, das ist in Ordnung. Hertha bleibt 16. Freiburg verliert Punkte im Kampf um die Champions League-Plätze. Also für beide nicht wirklich das, was man sich vorgestellt hat, aber ja, an sich ein verdientes Unentschieden.